Hello! Fresh! Heute mit paniertem Camembert und gebratenem Apfel und so haben wir es gemacht. Camembert, panieren von allen Seiten, schön, Panabe, Olivenöl. Bei mittlerer Hitze auf jeder Seite zwei Minuten anbraten. Nach zwei Minuten wenden, fertig. Zwei Minuten ruhen lassen, Apfelspalten, anbraten. Schön goldbraun anbacken und fertig. Buttermilz-Zitronendressing, Senf, vermengen, Salat, Karotten, Radieschen, gut vermengen. Salz, Pfeffer, Pfeuselbeer. Ich habe zum ersten Mal Camembert selbst paniert, muss ich sagen. Schmeckt gut. Und zu trinken habe ich mir heute als Begleiter einen Franzosen, die La Mousse von Domaine L'Alovier ausgesucht. Ein Weißwann-Cuvée aus Chardonnay, Bionier und Chenin Blanc. Ein Wein, der auch im Holzfass war, also schön kräftig. Das ist perfekt zu der Panade, also da muss ein bisschen Bums dahinter sein. Wenn es ein zu leichter Wein wäre, würde das Essen sozusagen überwiegen. Aber das ist eine geile französische Kombination. Ich esse weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.